Ich will der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Armin Laschet, oft abgeschrieben, oft unterschätzt, ein Stehaufmann. Und im Wahlkampf 2021? Drei Monate lang begleiteten Roman Deininger und Boris Herrmann für die Süddeutsche Zeitung den Kanzlerkandidaten der Union auf seiner Tour durch Deutschland. Ihre Reportage »Lasst mich halt« porträtiert einen Politiker in der Klemme. Da ist jemand, der ganz nach oben will und von nicht wenigen in diesem Land als ausgewiesener Verlierertyp wahrgenommen wird. Das war eben die Spannung, die von Anfang an in der Bewerbung Laschets lag. Herrmann und Deininger teilten sich Arbeit und Termine. Ein Interview führten sie gemeinsam. Das Ziel der Reporter? Wir wollten einfach nochmal einen frischen Blick auf den werfen, einen freien Blick und ihn fair beurteilen. Die Stimmung im Land, in den Umfragen, wendete sich im Sommer 2021 gegen Laschet. Armin Laschet war in diesem Wahlkampfjahr 2021 in gewisser Weise eine tragische Figur, ein ehrenwerter, integrer Politiker, gegen den aber so eine brutale Stimmungsdynamik in Gang kam, dass man sich schon gefragt hat, wie passiert das und was davon hat er verdient und was nicht. Den Wahlkämpfer Laschet erlebten die Reporter positiver, als es sein öffentliches Bild zeichnete. Gleichwohl aber als ziemlich schlimmen Verkäufer seiner selbst, der im Wahlkampf oft im Kleinen recht sympathisch wirkte, aber im Großen und Ganzen wenig zielführend auftrat.